Ja, und dann sind wir wieder zurück zu Resident Evil 7. Heute eine andere Grafik, wie man sieht. Ich habe das falsche Spiel geladet. Geladet. Nein, Borderlands 1 mit den beiden Chaoten hier. Und Fallschaden. Ich wähle kurz die andere Quest an für uns, da ich ja der einzige bin, der sowas tun muss. Und, ähm, ja, wir kommen jetzt zu einem Gebiet, was Punkte und ich hassen. Ja, zumindest in Anfangszeiten. Das war ein guter Wurf. Ja, du hast genau die Karte getroffen. Ey, lass mich hier hoch. Okay, ich stelle halt mein Geschütz da oben auf. Okay, oder auch nicht? Gut. Money, Money, Money. Ja, ich brauche die Money, ich habe so wenig. Meins? Ach, das Geschütz schießt gar nichts drumherum. Geil. Nee, das Geschütz kann nicht durch Wände schießen. Ja, ich schieß aber auch nicht nach hinten. Level 8. Weißt du, was das Schöne ist? Ja, Punkt, du bist irgendwie ein bisschen zurück mit den EP. Ja. Warum nur? Money! Weil du die ganze Zeit im Nahkampf bist. Money! Aber die EP werden ja geteilt. Das ist doch auch von noch ein Vieh. Money! Ja, die EP werden geteilt, aber nicht die von den Erfolgen. Die werden leider nicht geteilt. Das ist ja das Problem daran. Ach ja, darin kann es natürlich liegen. Ja. Also es kann sein, dass wir später so knapp ein Level oder mehr auseinander sind, was einfach daran liegt, dass... Ja. Ich kann die Kills kriegen, weil ich eine scheiß Schroch finde. Nee, nicht mal nur wegen den Kills, sondern einfach generell. Wer möchte vorgehen? Gut, ich habe Zielgenauigkeit dazu bekommen. Habe ich gerade die falsche Quest angewählt? Ja, ich habe die falsche Quest angewählt. Jetzt passt es, ja. Äh, nicht runterspringen! Nicht, nicht runterspringen! Stille. Auch gut. Ja. Es hieß nicht runterspringen, also halte ich mich zurück und sag auch nichts mehr. Nimm das! Spring nicht runter! Okay. Stille. What the f... Wow. Okay. Der hat nicht viel gebracht. Lieber ist viel besser da, 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 da. Ha! So, jetzt warten wir kurz mal und gucken mal, was für ein Skeg rauskommt. Der hat irgendwie einen Sniper zufällig, das wäre super gerade. Nein. Ich glaube, ich habe auch keine, ne? Nee, ich habe keine. Ich könnte mit der Schrotflinte schießen. Nee, ich habe keine Sniper. Ich habe auch nichts, was zu anvisiert. Also was gut anvisiert. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch keine Granaten mehr übrigens. Puff! Ähm. Ich töte mal den Skeg da rechts mit. Ja, ich bin auch dabei. Ich versuche alles gerade. Ich schieße. Ganz samt um ihn herum, glaube ich. Ja, ich auch. Ohne anvisieren treffe ich sogar besser als mit. Ja, das ist ein bisschen verfehlt, glaube ich. Okay, also ich treffe irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich mache ihn ab und zu mal sieben Schaden. Also ich finde es, also... Ja, könnte er ein bisschen, könnte er sich ein bisschen hinziehen, ne? Aber geht, ne? Okay, ich habe ihn... Den Spocker habe ich schon mal angezündet. Jetzt wird nur der Ausgewachsene. Oh, Muni, sehr gut. Mein Schütze sind genauso wenig wie ich. Wie sind die sterben? Wie lange stehen wir jetzt hier oben rum? Drei Minuten. Bis ein bestimmter Gegner kommt, der kommen wird. Da ist er. Der knallhart ist gering. Ja, und das ist auch nur der eine von denen. Okay, wenn ich den jetzt verfehle, ne? Ha, er brennt, ich habe ihn angezündet. Muha! Du könntest mal runterspringen und gucken, wie stark der ist. Ja, spring mal runter, lass sich zweimal treffen und wir erheben dich dann wieder auf. Wenn du zwei Hits aushältst. Gibt es hier irgendwo noch Muni? Ich will was zeigen, also. Ja, lock ihn hier her, das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist ein guter Plan. Der kann hier hochspringen, vergiss das nicht. Wie gesagt, der kann hier hochspringen. Das ist ja ein einziger Treffer, der macht so viel Schaden, ne? Narkon! Ja, du machst Narkampf. Der Punkt ist Level 8, endlich. Oh, ihr macht das schon, ne? La, 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 la. Verdammte Kacke hier. Sterb. Oh, nein, Rage ist vorbei. Warte, ich hab's ja. Ich hab keine Muni mehr, ich hab keine Muni mehr. Baaah! Bomb, 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 bomb. Draufschlag, draufschlag, draufschlag. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab nur zehn. Ich hab nur noch zehn Muni. Und hier liegen nur Granaten rum, toll. Hier ist auch noch einer, da. Komm her! Ich krieg dich! Verdammt. Nachladen, nein! Okay, alles gut, alles gut, wir leben noch. Wir leben noch. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr hattet. Also, mich hat der Große nicht angefallen. Boah, und das wo lag? Huch! Verdammt, nein! Wo ist die Galate hin? Punkt. Okay. Er hat die Ausrufegewegung aber gemacht. So. Ich bleib hier stehen, wir kommen nicht gleich über, geht nach. Gucken, hat er gemerkt, verdammt, ich hab gar keine Granaten mehr. Oh, hier liegt eine Schrotflinte. Ich glaub, war die schlecht. Gra- Na. Ich brauch Schrotflinten. Ich brauch Muni. Bomb! What? Na, so viele Gegner. Ach, geht ja noch. Ich glaub, ich greife vom Nahkampf an mit. Wir alle einfach kritische Leben grad haben. Alter, wie lange sie den Nahkampf angreift, ne? Das wird schon. Oh, ich seh' nix mehr. Ist doch super. Außer, dass ich jetzt kaum noch Leben habe. Und mein Schild auch grad durch den Elektrizitätsscharm weg war. Ähm. Alle sehr wenig Leben. Wir, ich denke mal, wir holen uns die Kiste, oder? Ja. Ich hab kaum Muni. Ich hab keine Muni. Ich muss hier mit der Shotgun rumrennen. Ich hab aber ne Granate, die ich jetzt hier reinwerfe. Beziehungsweise beide. Ah, Muni! Ich hab kaum Muni, ich hab kaum Muni! Schätzangeschützer, aha, Muni! Oh, Gott, ey. Stirb einfach, Mensch. Ja, lass mir bloß kein Gegner übrig. Dankeschön. Geht doch. So, hier hatte ich meine erste blaue Waffe. Guck mal, noch ne SMG. Eine Schroppschwinter. Das war ne SMG. Das andere war ne Schroppschwinter. Ja, ich hab trotzdem ne SMG. Und ich leg auch noch ne SMG auf den Boden. Wer weiß, die auch in der Farbe? Auch lila? Ja, die war auch in lila, glaub ich. Nein, die war grün. Oh, und ich hab nicht genug, ich bin noch nicht level 13, ich bin noch nicht hoch genug. Ja, meine ist für level 10, aber die macht weniger Schaden, hat aber ne höhere Zielgenauigkeit. Vor allem, ich hab bis jetzt nur weiße Waffen. Ich werd die mal nehmen, dann auf jeden Fall. Ja, ich hab mittlerweile zwei Lichten. Da hat's doch noch der Weg. Und ich glaub ne blaue, ja. Ich bin grad so gelaufen, weil ich getrunken habe. Voll unprofessionell, gib das denn deinem Ohr! Der trinkt die ganze Zeit nebenbei, weißt du? Das ist unmöglich, ne? Das ist voll schlimm. Nee, das ist unmöglich, ne? Toyota, was? Wir machen den Weg vorbei, frei, frei, frei. Ich weiß, was hier noch kommt gleich. Ich werde aber nicht sagen, was. Au, 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 au. Ich mach die ganze Zeit mit dem Ninja-Looter, werdet ihr die ganze Zeit abblühen. Zeit für ein paar Prügel. Vor allem, ich schlag ihm ins Maul und er explodiert einfach mal genauer sowas. Pam! Da ist er. Ah, ausgewachsen, das Gag. Kein Moni mehr. Toll. Ich hab wenig, Moni. Das ist keine mehr. Jetzt hab ich keine mehr. Verdammt. Nein! Ich bin tot. Oh, 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 oh. Rage is over. Ah! Da ist ja noch ein Gegner. Ah! Über Moni, über Moni. Hä. Bin ich echt der Einzige, der die ganzen Gegner hier anzündet? Ja, nee. Du hast auch bis jetzt einzigen Dealern ne Waffen. Die Pistole ist nicht nüller. Die ist nur blau. Ja. Richtig, nur. Nur. Ich hab eine grüne. Hab man das gerade gehört, das Poltern? So ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber wurde, wurde zum Glück von der, von dem Begebungssound überspielt. Toll, ich hab null Moni gekriegt von deinem komischen Geschütz. Ja, weil es gerade zu Ende ging. Was willst du? Moni. Ja. Ja, schön. Kommt, du. Wenn wir uns genau nennen, Moni. Mir ist gerade mein Tee runtergefallen. Ich hab so, ich trinke ja gerne diesen Krümel-Tee. Der ist gerade runtergefallen. So ein bisschen. Nicht gut. Ich dachte, dir ist der Tee, der Tee umgefallen im Sinne von, äh, deine Tasse mit Inhalt. Nein. Das hab ich nämlich auch eben verstanden. Hör selbst. Irgendwer hat noch eine Feuerwaffe hier und ich bin's nicht. Moment. Ja, hab ich doch gesagt. Ich. Die Aussage war trotzdem blöd. Die Aussage war trotzdem blöd gerade. Irgendwer hat noch eine, noch eine Feuerwaffe und ich bin's nicht und hab keine Feuerwaffe in der Hand. Nein, ich hab gesagt, ja, ich. Hab ich laut und deutlich gesagt, ja, ich. Ja, ich, ja, gut, darum ging's nicht. Wollen wir da runter? Wir müssen da runter, wir sind fertig. Wartet, ich bin doch hier hinten, ich bin runtergefallen. Meine Schrotflinte. Kann deine Weim, äh, Weim. Kannst du auch die Sniper haben, wenn du möchtest? Ich möchte die Sniper nicht haben. Dann nehm ich sie mir. Okay, dann mach das. Weil ich habe eh noch nicht viel mit der Pistole geschossen, als mache ich so lange Sniper nebenbei. Ja, ist auch gut so. Vielleicht mach ich dann etwas mehr Schaden, weil... Was hat eigentlich jetzt, was habe ich eigentlich jetzt mittlerweile für Waffeneffekte? Oh, 9% Zielgenauigkeit. Ja, hab ich auch schon. Nett, nett. Ja, auf Pistole und auf der, äh, SMG. Nee, das nicht. Ja, meine SMG mit den 30%, ähm, mit den 30 Genauigkeit hier. Ich kann auch den Hotgun anlegen, statt die SMG. Na gut. Ich geh schon mal an. Ich, ich hänge irgendwie am Boden fest. Ich komm dann nach. Wir sind jetzt eigentlich sogar fertig, ne? Mit den Quests, ja. Hier, und das heißt, du findest dann zu TK? Siehst das falsch, wir haben dich mit Sekundenkleber am Boden festgeklebt. Achso. Stell dir vor, lass dich verschwinden. Ich renne dann mal vor. Du bist dann, sag. SNS, Munition, Explosivkleber, was ist das denn? Keine Ahnung, ich dachte, das wäre Munition. Ja, sah auch so aus. Das ist genau dasselbe, was ich schon habe, ne? Der Klebegranate wird 16 schaden. Aha. Ich bleib bei, ich bleib bei dir, das Mütz. Ich brauche, der automatisch nach, das ist etwas blöd. Tut er eigentlich nicht? Bei mir ja. Okay. Du bist komisch. Ja, mein Spiel ist komisch. Ich habe schon wieder eine Pistole aufgesammt, da würde ich nur die Muni haben sehen. Kannst du denn gar nichts? So ist man ein Skek. So macht man das. Wow, du schaffst es, ein Level 2er Skek mit einer Schrotpfinde zu besiegen. Ja, ja, schaffe ich. Ich renne schon mal wieder vor. Ui, naja. Ja, genau, gerade weg. Gut, ist die Munition gleich für mich alleine, so. Ich brauche keine Muni. Weil ich jetzt meine ganzen Sachen verkaufe. Das Schild ist cool. Ich sehe kein Schild mehr, tut mir leid. Das Schild ist cool, welches Schild? Verkaufen, verkaufen, verkaufen und nochmal verkaufen. Da ist erstmal ein bisschen da von Muni gekauft, ein bisschen Repeater-Muni. So. Auch. Schön, dass manche Schrotpfunden minus 24% Schaden machen und ich das jetzt erst sehe. Das ist aber egal, der Schaden, der angezeigt wird, ist ja trotzdem da. Ja, trotzdem. Ich wundere mich schon, warum ich immer nur so 14, 30 Schaden mache. Mache ich auch mit der Waffe hier, mit der. Ja, aber du schießt schneller. Das ist ausgeglichen. Ja, aber ich kann das auch skillen, dass ich schneller schieße, von dem her. Warum kann ich die Combat-Rifle nicht mehr höher bekommen an Waffen-Munition? Weiß ich nicht. Ich habe 420, das ist das Höchste. Warum? Okay. Wir warten auf dich. Ja, ich bin noch am Einkaufen. Lass dich, ich muss einkaufen. Schuhe. Shopping. So, ich habe gleich meine Munition voll. Oder mein Geld leer. Ah, mal strecken. So, wir können. Los, weiter. Neuer Speicher halt, Moment. Achso. So. Ich sehe, es kommt gleich, schießt mir mein Spiel weg. Zup. Zup, fake ist es. Ja, ist es. Ernsthaft? Ja. Das ist der Übergang. Da hat er wahrscheinlich bei dir gerade noch irgendwas gespeichert. Das ist der Übergang von 1 nach 2. Von, keine Ahnung. Oh ja, ich weiß das, Brotel. Das funktioniert super. Schön. So much fun. Wir können natürlich jetzt einfach die Folge schon mal beenden. Ja, könnte man machen. Ich werde es gleich mit Schwarzbild machen, wahrscheinlich. Wird eh nicht mehr viel passieren. Es wird nicht mehr viel passieren, weil wir haben jetzt noch knapp eineinhalb Minuten und die brauchen auch wieder ins Spiel zu kommen. Richtig. Was ist das für Bullshit? Warum? So, wir sind wieder im Spiel. Hey, Fancy Gas weg. Tja, machen wir alleine weiter. Wieder an dieser Stelle. Ich habe glaube ich gerade ein Deleu. Wir waren uns die ganze Zeit schon alleine, oder? Diese Stimme in meinem Kopf. Ja, die komische dritte Stimme, ne? Ja, die ist irgendwie überflüssig. Sagt das Spiel. So, endlich haben sie hoch geschafft. Ich verstehe nicht, was dieser Mist soll. Warum an der Stelle? Guck nochmal zu mir. Deine Augen leuchten von hier. Das sieht voll komisch aus. Das Speichersymbol war durchgedreht, fertig gedreht, wie auch immer. Das dreht nicht. Das wird oben nur angezeigt. Ja, das war aber weg. Und dann blinkt es. Macht ja nichts. Lade dich mal ein oder so. Huch, das war Bullshit, was ich gemacht habe. Nein. Freunde einladen, Fancy GLP. Einladen. Ja. Ich habe ein Problem. Schön, dass ich mal nicht die technischen Schwierigkeiten habe. Die leben am Neusemventar. Ey, das ist wichtiger als du. Ich gehe schon mal zurück nach Firestone. Hane geht dann einfach vorbeirennen. Ja, weil ich bin jetzt gerade nochmal verabschiedet. Cool. Geil. Ich hing fest. Ich kann während des Facewalks nicht springen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, das fähigt ein bisschen. Ja, es ist auch ein Facewalk und kein Facejump. Wow. Wow. Fang, bitte. Niveau denn. Niveau denn. Nivea ist eine Creme. Das ist richtig. Das ist ein gutes Gewehr. Das ist gar nicht so gut. Das davor war besser. Ja, also ich bin ja schon bei 15 Minuten Aufnahme. Ja, wir sind ja bei 15 Minuten. Wir warten auf dich. Ja. Ja, wir warten auf mich. Super. Wir sind so frei. Ja, das ist ja super toll. Ich öffne mal die ganzen Kisten, die hier rumstehen. Ich glaube, ich werde die Bilder einfach rausschneiden und werde dann einfach die Sounddatei drunterlegen. Das ist die ständige Gestarte, brauchst du dich keine angucken. Ja, wir haben es ja nicht. Bei uns läuft das Spiel ja. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. So, Einladung. Okay. Invitation. Huch. Huch, das Spiel ist schon wieder gestützt. Ja. Die meint es. Ja. Ich muss auch sagen, mir gefallen die Shops viel besser als in Borderlands 2. Die sind nicht verbuggt. Borderlands 2, die sind verbuggt? Ja, die sind verbuggt und nass. Ja, das ist ja Inventar-Bag, dass du mal hoch runterscrollst, wenn du versuchst, eine Waffe abzulegen oder so. Achso, ja. Das ist ein bisschen extrem nervig. Hey, Fanziger ist da. Gut, dann würde ich sagen, das war es für diese Folge. Mit einer Minute Überlänge. Ähm. Jetzt ist er da. Da ist er. Tötet ihn. Hi. Aber meine Munition hat jetzt mal gespeichert. Weil ich sehe hier den Secret Claptrap, den es eigentlich nur in der Ami-Version anzusprechen geht. Ne, anzusprechen, ja. Anzusprechen, ja. Mal sehen, tut man ihn noch in der Deutschen. Da kann man auch, da kann man auch hinspringen, ne? Ja, das macht nichts. Wir sind die Überlänge ab und zu gewohnt. Ja. Ja, schön. Ach, da hinten ist ja, ja, stimmt, da hinten ist ja der Claptrap festgekürt. Ja. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.